Sie hielten aber einen Rat und kauften einen Töpfel, sagte Ramut, zum Begräbnis der Flügel. Daher ist derselbige Hand, der genendet, der Blutpacke, bis auf den heutigen Tag. Daher ist erfüllt, das gesagt ist durch den Profiten Jeremias, da er spricht. Sie haben genommen an dreißig Silberlichter, damit bezahlt wird und der verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel. Und haben sie gegeben um einen Töpfelsacker, als mir der Herr gewohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landflieger, und der Landflieger fragte ihn und sprach, Bist du der Jüdenkönig? Jesus aber sprach zu ihm, Du sagest. Und da er verklagt war, und die Vorpriesten und Ältesten antworteten ihr nichts. Da sprach Pilatus zu ihm, Hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und ja, antwortete ihm nicht auf ein Wut, Also, dass sich auf dir Latviger sehr verrundete. Und ja, antwortete ihm nicht auf ein Wut, Und ja, antwortete ihm nicht auf ein Wut. Und ja, antwortete ihm nicht auf ein Wut. ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK